Neben der Grundausstattung an Registern bietet jedes Programm auch sogenannte kontextabhängige Register. Diese Register erscheinen und verschwinden automatisch. Wenn Sie zum Beispiel in eine Tabelle klicken, erscheinen die Tabellentools. Sie hören richtig. Tools. Klingt doch gleich viel flotter als altmodische Begriffe wie Werkzeuge oder Hilfsmittel. Zurück zu den Tabellentools. Das sind diese beiden Registerkarten Entwurf und Layout. Sobald Sie wieder in den Text klicken, verschwinden Sie wieder. Das zweite Beispiel für kontextabhängige Registerkarten sind die Bildtools. Ein Klick auf ein Bild blendet Sie ein. Allerdings erscheint dabei das Registerformat nicht automatisch im Vordergrund. Bei Bildern sollten Sie sich deshalb von vornherein den Doppelklick angewöhnen, der die Tools zuverlässig in den Vordergrund holt. Sobald Sie wieder in den Dokumenttext klicken, sind die Bildtools wieder verschwunden. Dann werden Sie auch hier auf Bern.